Junge um mich hier schon mal unsichtbar machen und wir schnell vorrücken können dann komme ich denn da hin dann komme ich da raus wir können uns ja nah ranholen gut 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 Wie geht es? Haha. Und sie beide ran. Und jetzt schießt der andere noch da hinten. Okay, dann starten wir noch die Schlacht noch mal neu, wir müssen uns was neues überlegen. Wenn jetzt zwei schon weg sind, dann sind wir das, das schaffen wir nicht, wir müssen durch die Röhre schnell zu den Endgegner hinten. Ach, scheiße. Oh nein. Oh, scheiße, dann... Konnte ich eben auswählen, ob ich nur diese Phase halt noch mal spielen möchte oder was? Das ist mir gerade ein bisschen entfallen. Okay. 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 Dann machen wir das halt noch mal. Gut, der ist er weg. Und dann finde ich irgendwie Wasser. So... Oh, yeah. mm-hmm ich sehe dich, yo, yo ich sehe dich, haha no keine ich glaube, die ist da nicht so anfällig naja ja 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 bei uns auch ich überspringe die Faser einfach mal, das haben wir schon gesehen, ne geht gleich in den nächsten vollen hier ja 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 Schuss! Sooo... Der ist auch weg. Ah, der wäre auch so runtergefallen wahrscheinlich. Wir müssen wieder Pilze einkaufen. Wir haben dann voll die Pilze. Scheiße. Oh, yeah! Los! Kann ich dann trotzdem mehr langlaufen? Ach so. Ich mach das! Das sind auf jeden Fall... ...schlechter als vorhin. Luigi wird gleich sterben. Das sehe ich schon kommen hier. Das gefällt mir gar nicht, ey. Also so überhaupt nicht. Ganz da hinten bin ich? Was? Was? Oh, ja! Oh, ja! Das sieht mieser aus für uns. Oh, ja! Oh! 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 Oh... Gesagt, getan. Hm, schön da hinten hin. Man könnte den Sniper auch dann außer Acht lassen und dann diesen Weg unten dran lang gehen. Ja. Das könnte man mal probieren. Hm. Hm. Dummes sind wir tot. Ja, da hat nichts so. Schade. Ja. Ja. Da ist nichts mehr zu wollen. Ja. Ja. Und tschüss. Ja. 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 Das war's, wo die hinspringen oder, wo die hinwollen nachher. okay ach so ja die können wir gar nicht sehen das können wir eventuell doch noch hinkriegen und die weiß ich wohin ne genau ist klar jetzt ist aber du mal jetzt sind wir voll im eimer voll im eimer da können wir gar nichts machen wir sind gleich tot da müsste man eventuell ein bisschen fahren um halt wieder an die goldmülze zu kommen um pilze und so zu kriegen miese sache miese sache ich bin so gut naja zumindest können wir es noch einmal kurz aufladen hier aber sobald jetzt einmal reinhauen und dann die einen nur noch da das das wird übel gut aber der holt uns jetzt ran oder doch nicht und da sind wir noch zu weit weg ja sind beide down ist ne yo heftige scheiße man da da ja 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 ganz da hinten alter wie soll ich denn da so hinkommen so 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 so